Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Ab sofort werden auf diesem Kanal täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Sie werden heute wahrscheinlich in allen Aspekten Ihrer Karriere enorme Fortschritte machen. Das meiste davon hat mit Ihren Beziehungen zu anderen Menschen zu tun. Telefonanrufe, E-Mails und virtuelle oder persönliche Gespräche mit anderen Menschen werden alle äußerst reibungslos verlaufen. Gesundheit Die Planetenkonstellation des Tages gibt Ihnen etwas, worüber Sie sich aufregen können, und das ist wahrscheinlich genau das, was Sie tun wollen. Bringen Sie sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit körperlich zum Ausdruck. Die Energie, die Sie empfinden, wird bei anderen gut ankommen, wenn Sie diszipliniert genug sind, sie auf gesunde Weise auszudrücken, zum Beispiel im Fitnessstudio oder bei einem Tanzkurs, wenn möglich. Wenn die anfängliche Hitze erst einmal abgeklungen ist, werden Ihre Wärme und Ausstrahlung von denen, die Sie lieben, sehr geschätzt. Liebe Heute liegt ein gewisses Knistern in der Luft, wenn es um das Versprechen von Romantik geht. Romantik ist vielleicht nicht das richtige Wort, Verführung durch Stromschlag trifft es eher. Was die Energie liefert, ist die starke Aufladung durch die Planetenkonfiguration, die Gespräche vor Energie knistern lässt. Es gibt keine Entschuldigung dafür, keinen fabelhaften Abend zu haben, aber es bedarf einer interessanten Art von Vokabular, um ihn leidenschaftlicher zu gestalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!